Hallo meine Lieben, die Gierita, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Event-Video zu Digimon Masters Online. Heute mit dem Jumping into Winter, It's the Holiday Season Event. Wie man natürlich, bevor wir uns in die Notizen selber reinstürzen, schauen wir uns erst einmal an, was denn im Cash Shop alles Neues reingekommen ist, beziehungsweise teilweise wiedergekehrt ist. Den Anfang machen natürlich wie immer erstmal die Packages und das erste Package, was wir hier betrachten, ist das Year-End Special Enhancement Package für 99 Crown, beziehungsweise 7,90 Dollar. Das ist dasselbe, was aktuell auch auf KDMO vorhanden ist, das heißt man bekommt hier 10 Reinforced Digiclone Cubes. Wenn man diese dann scannt, bekommt man dann einen zufälligen Reinforced Digiclone daraus, entweder D, C, B, A oder S. Zusätzlich gibt es dann noch 10 Backup Disks und 10 Reset Capsules. Des Weiteren gibt es den Polar Bear Ice Pouch, das ist wieder mal eine der Scam Box Loot Boxen. Und die Highlights, die man hier rausziehen kann, in Anführungszeichen wie immer natürlich, ist einmal Black Digitron Sample B, das Evolution Item für Omnimon Alter B. X Antibody Factor Omnimon Beta, also das Beta Factor Item für Omnimon X. Des Weiteren Sealed Digital Hazard Ring oder Mega Reinforced Digiclone Setboxen und zwar zwei Stück. Der Rest ist natürlich wieder obligatorischer Müll und hier haben wir dann auch wieder dieses Phänomen, dass wir hier dann diese Ice Data Crystals dann bekommen und diese können dann umgetauscht werden. Des Weiteren haben wir dann noch den Limited Penguin Ice Pouch. Dieser kostet 99 Crown, 7,90 Dollar auf Steam. Die Highlights, die man hier rausziehen kann, sind einmal Digi Vice Box OT Series, zwei Reinforced Digiclone Setboxen, einmal Gehenna und Peak of X Evolution. Der Rest ist natürlich wieder der obligatorische Boxenfüller. Und auch hier gibt es dann zwei Ice Data Crystals, die man hier bekommen kann. Wenn man bestimmte Items rauszieht, das ist dann wieder dieses Crafting System, wo man dann, wenn man genügend von denen zusammen hat, kann man sich dann bestimmte Sachen daraus dann auch craften. Wir können uns das auch direkt einmal anschauen. Springen wir dafür einmal runter und genau. Und zwar beim NPC Ice Data Crystals Exchange Gabumon im DATS Center kann man sich dann für 320 Ice Data Crystals Cross Data Time craften. Für 250 Black Digitron Sample B, für 250 X-Anim Body Factor Omega Mon Beta, für 100 Stück Mega Reinforced Digiclone Setbox, einmal für 50 Reamon Digi Egg Level 5 und für 10 Hatch Backup Level 5, einmal. Wie man natürlich bekommt man, wenn man eins der schlechteren Items in dem Sinne rauszieht, bekommt man 5 von diesen Data Crystals bei der 198 Crown Box. Und bei der 99 Crown Box bekommt man jeweils 2. Also hier ist auch wieder das System, dass man mindestens, ich sag's mal, sehr viele Boxen sich holen muss, damit man hier auf eine bestimmte Anzahl kommen kann. Also alleine bei den 250ern müsste man sich 50 Boxen holen, mindestens. Und dann müsste in jeder Box eins dieser Items dabei sein, damit man die 5 Crystals rausbekommt, damit man hier sich eins der beiden Sachen craften kann für Cross Data Time. Also das Seed Millennium und Item braucht man auf jeden Fall dann nochmal mehr. Da scannet man sich dumm und dämlich dafür, also. In den meisten Fällen wird das eh keiner erreichen, dementsprechend. Verstehe ich immer noch nicht, warum die das System reinbringen. Ich meine, es ist zwar eine schöne Idee, Aber es ist einfach viel zu viel, was man dann trotzdem scannen muss, bis man garantiert, was hier bekommt. So, genau. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir noch das Single Forever I Hate Couples Package für 99 Crown bzw. 97, das ist das Kostümset. Wo man dann wieder bestimmte Kostümteile rausbekommt. Natürlich, wie immer, Schuhe und Hosen sind hier die besten, die man im Spiel bekommen kann. Der Rest ist auch ganz solide für den Anfang und dementsprechend ist das eigentlich immer ein gutes Kostümset. So, damit sind wir mit den Packages soweit durch. Des Weiteren gibt es noch einen Rabatt für die ganzen Tamer Skills. Diese sind unter Tamer ETC, glaube ich, zu finden. Genau, und zwar für die Ultimate-Varianten. Diese sind jetzt hier wieder im Shop reingekommen, kosten jeweils 69 Crown für 30 Tage bzw. 5,50 Dollar auf Steam für 30 Tage. Und das sind natürlich verstärkte Varianten von den normalen Tamer Skills. Dementsprechend sind die auf jeden Fall auch immer relativ solide, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Des Weiteren haben wir dann auch wieder ein paar Kostüme mit drinnen. Und zwar einmal die Novices Yellow Soccer Uniform für 30 Tage. Diese kostet 99 Crown bzw. 7,90 Dollar. Und wenn man sich diese holt und ausrüstet, gibt sie einen für den Zeitraum Max HP plus 1,000. Speed plus 77 Prozent und EXP plus 1,000 Prozent. Und des Weiteren ist natürlich noch das Karimon Gatomon Dollcloth-Kostüm mit dabei. Für 99 Crown bzw. 7,90 Dollar. Dieses gibt einem Attack plus 300, Speed plus 77 Prozent und EXP plus 1,000 Prozent. Kann man aber nur auf Kari ausrüsten. Und dasselbe gibt es auch noch für TK mit dem TK Spatamon Dollcloth. Und zwar kostet das dann auch 99 Crown, 7,90 Dollar auf Steam für 30 Tage. Und gibt einem ebenfalls AT plus 300, Speed plus 77 Prozent und EXP plus 1,000 Prozent. Wenn man TK oder Kari-Spieler ist, dann ist das auf jeden Fall eine sehr solide Sache, finde ich. So, dann haben wir noch Magnetic-ID-Karten, die wieder zurückgekehrt sind. Und zwar haben wir einmal die Magnetic-ID-Karte Frozen Step für 30 Tage. Kostet 69 Crown bzw. 5,50 Dollar auf Steam. Und die Merry Christmas Magnetic-ID-Karte ist auch wieder da. Und die Magnetic-ID-Karte Heaven ist auch wieder da. Für den Zeitraum des Events. Also wer sich dann für die nächsten paar Monate eindecken möchte, kann das am besten jetzt während des Events machen, bevor die dann wieder weg sind. Und wenn man natürlich sehen möchte, welche Effekte die haben, kann man einmal doppelklicken auf das Magnetic-ID-Karten-Symbol hier im Shop. Und dann bekommt man hier rechts in der Übersicht angezeigt, was denn das für ein Effekt wäre. Hier zum Beispiel bei Frozen Step haben wir diesen Eiskristall-Effekt hier drumherum. Und wenn man sich dann nach vorne weg bewegt, hat man dann noch so einen Eiskristall-Effekt, der hinter einem hergeht. Bei der Weihnachts... Bei der Weihnachtsmagnetic-ID-Karte haben wir dann so einen leichten Schneekristall-Effekt, der runterfällt. Und dann natürlich noch den Magnetic-ID-Karten-Effekt da oben. Und dann haben wir noch die Heaven Magnetic-ID-Karte. Diese hat dann oben dieses Symbolchen. Und da fallen dann Federn nebenbei herunter. Welche einem dann natürlich am besten gefällt, ist natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich finde von denen die Frozen Step Magnetic-ID-Karte. Also die hier am besten. So, und ich glaube, dann haben wir noch bei den Digimon-ETC... Genau, dann haben wir noch die Highest-Skill-Memory-Capsules mit dabei. Diese sind auch wieder da. Kosten jeweils 69 Crown, beziehungsweise 5,50 Dollar in der Attack, Defense und Support-Variante. Und diese beinhalten immer garantiert die höchste Stufe für normale Memory-Skills. Also für alle, die nicht Joggress, Joggress-X Variant, also Extraordinary und Cross-Wars Digimon. Also nicht für die gelten. Dementsprechend sind die auf jeden Fall immer sehr solide, wenn man vor allem auch X-Digimon wie Chaos-Dramon-X oder Kranium-X, Bilzimon-X und so verwendet. Also auf die kann man die auch packen. Dementsprechend sind die auch immer sehr solide Wahlen. So, und ich glaube, das war es dann. Falls wir dann noch irgendwas übersehen haben sollten, oder ich irgendwas übersehen haben sollte, dann sehen wir das auf jeden Fall in der Übersicht. Und ja, fangen wir jetzt aber mit den Event-Notizen dann mal an. Ganz oben natürlich. Den Anfang macht das Jumping-Tamer-Event, welches auch aktuell auf Cardimo läuft. Das heißt, das ist das Event, wo, wenn man als neuer Spieler mit einem neuen Charakter anfängt oder als erfahrener Spieler mit einem neuen Charakter anfängt, ist eigentlich relativ egal, sich einen neuen Charakter erstellt, bekommt man dann am Anfang, wenn man das Grund-Tutorial abgeschlossen hat, eine separate Quest, die einem dann erlaubt, das Jumping-Tamer-Event mit teilzunehmen. Und zwar bekommt man hier ein garantiertes 5 von 5 Digimon. Einmal kann man da bekommen entweder Gardromon, Mekanorimon oder Gilmon. Das ist einem dann selber überlassen, welches man davon haben möchte. Dazu bekommt man dann auch noch die Low-Class-Datas, um dieses Digimon dann zu hatchen. Und eine Level-Up-Giftbox, also eine Geschenkbox für Digimon Level 25. Und dieses Event erlaubt einem auch direkt auf Tamer-Level 60 zu springen. Und wenn man dann sein Digimon hochlevelt, ab Level 25, bekommt man dann spezielle Belohnungen dann noch zusätzlich. Und wenn man den Tamer während des Events hochlevelt, beziehungsweise nicht nur während des Events, das gilt dann eigentlich für immer, bis man das System durch hat, bekommt man dann auch noch für den Tamer, fürs Tamer-Level spezielle Boxen. Und zwar, wenn man die erste Box dann öffnet, die ab Level 60 dann für den Tamer gilt, bekommt man dann die Level 65er-Box, plus dann noch alles, was hier in dieser Liste steht. Also zum Beispiel auch ein Blue Digi-Weiß, eine Newbie-Seller-Soccer-Uniform für 15 Tage. Direkt ein paar Expansions auch noch. Also das ist auf jeden Fall eine sehr solide Sache, gerade auch für neue Spieler. Lohnt sich dann auf jeden Fall. Wenn man gerade am Anfang noch steht und noch nicht wirklich weit gekommen ist, dann kann man sich noch überlegen, ob man nicht vielleicht nochmal neu anfängt und das dann alles noch mitnimmt. Und ja, das geht dann alles jeweils dann nach oben bis Tamer-Level 100, wo man dann auch nochmal eine 15-Tage-Soccer-Uniform rausbekommt und Portable Digimon Archive Scanner Return und alles mögliche andere. Also die Liste auf jeden Fall durchzuschauen, lohnt sich immer, weil man dann eine schöne Übersicht bekommt. Und dasselbe gibt es auch noch für das Digimon-Level. Ab Level 25 bekommt man dann, oder beziehungsweise für Level 25, wenn man das mit dem Digimon erreicht, kann man dann die Level-Up-Gift-Box Level 25 öffnen, bekommt man dann die Level 41er-Box und alles, was hier in der Liste steht, also auch nochmal ein paar Expansions und Evoluta. Dann die nächste Box ist die Level 65er-Box, die man dann bekommt. Das Ganze geht dann, wie gesagt, auch nach oben und in der Level 100er-Box bekommt man dann 60 Accelerator, drei Reinforced Digi-Clone-Boxen und 15 Backup-Disks. Und hier in der 90er-Box sogar noch zwei Digimon Archive-Expansions. Also, wie gesagt, bekommt man garantiert dann ins Inventar und solange man die nicht dann irgendwie nimmt und wegwirft, kann man die dann auch immer weiter dann nutzen. So, dann haben wir Event Nummer 2, Cold Windy Footpath. Das ist dann passend auch zu diesem Jumping-Event dann ein EXP-Map-Event, was primär natürlich wieder mal an neue Spieler gerichtet ist, merkt man an den Level-Zahlen. Diese gehen dieses Mal maximal bis Level 80. Das heißt, man kann seinen Digimon und seinen Tamer dort nur maximal bis... Ne, Tamer ist eigentlich egal, wenn man da immer vom Digimon EXP bekommt, wenn das EXP bekommt. Also, Digimon-Level kann man maximal hier dann nur bis Level 90 leveln. Und ja, die Öffnungszeiten für diese EXP-Map, diese ist hier zu finden bei dem Argomon, was sich gerade hier hinter mir befindet, da wo ich meine Maus bewege. Die Öffnungszeiten sind an dieser Stelle... Das sind die GMT-Plus-900-Zeiten hier, also die muss man immer minus 8 Stunden rechnen. Das heißt, hier wären wir dann bei 21 Uhr bis 23 Uhr. Und 0 Uhr bis 2 Uhr morgens. Also, Montags bis Freitags. Samstag und Sonntag ist dann das Gesonderte, dass wir hier nochmal andere Uhrzeiten haben. Und zwar haben wir einmal die Uhrzeit von 17 bis 19 Uhr. Dann von 21 Uhr bis 23 Uhr wieder. Und dann haben wir noch eine Zeit von 1 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens. Also, gerade die späten Zeiten sind wahrscheinlich für viele ein Problem, aber die Uhrzeiten hier, 21 bis 23 Uhr, die kann man eigentlich immer ganz gut mitnehmen. Und Samstag und Sonntag, wie gesagt, dann auch noch die 17 bis 19 Uhr Uhrzeiten. So, dann haben wir noch Event Nummer 3. Holiday Sheriff heißt das an dieser Stelle. Da haben wir den Sheriff Gabumon im DATS-Center. Bei ihm bekommt man dann eine Daily Quest Western Area Patrol. Für diese müssen dann sogenannte Western Area Datas 30 Stück gesammelt werden in Ruined Historic. Also einer der Western Area Maps. Und ja, wenn wir diese Quest abschließen, bekommen wir die nächste Daily Quest Glacier Area Patrol. Für diese müssen in Distorted Data Village dann 30 Glacier Area Datas gedroppt werden. Wenn wir die dann abschließen, bekommen wir eine File Island Patrol Daily Quest. Für diese müssen dann File Island Area Datas 30 gesammelt werden in Lost Historic Site. Und dann bekommt man dann am Ende jeweils Ice Crystal Datas. Und dann, ähm, bekommt man dann auch noch eine Box jeweils, wenn man die Quest abschließt. In der Western Area Box sind diese Sachen möglich zum Rausziehen. Also zum Beispiel Fruit of Yggdrasil, Digi Aura für 3 Stunden, Hyrack Megaphone, ja, Chicken Combos und Jump Booster Western Area. Ist natürlich eine Random Item Liste, das heißt, man bekommt nur zufällig eins aus dieser Liste. Hier sind natürlich die Fruit of Yggdrasil das Beste, was man rausziehen kann. In der Glacier Area Box, ähm, da haben wir dann die Random Data Box Midclass, die eigentlich, finde ich, persönlich am besten sind. Die Jump Booster, Chicken Combos sind halt generell Müll. Random Buff Boxen sind auch noch in Ordnung, die kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Und ansonsten in der File Island Area Box, ja, definitiv die Backup Disks und, ja, okay, nee, das ist ein random normaler Digi-Klon, nee, dann definitiv da die Backup Disks. Aber mit diesen Ice Crystals, für die man das dann hauptsächlich macht, kann man sich dann verschiedenste Sachen craften. Und zwar für eine Ice Crystal Data kann man sich 30 Organic Gold Bananas craften, wenn man möchte. Das Ganze findet dann hier beim Sheriff Gabumon MPC, hier auf der linken Seite, neben Omegamon, ähm, statt. Und ja, für zwei Stück kann man sich dann drei Rechargeable Energies craften. Für drei Stück kann man sich drei Fruit of Homeostasis craften. Fünf Stück, random Digi-Klon D bis S. Moment, ist das wirklich ein random Digi-Klon oder ist das random Reinforced? Nee, ist random Reinforced, also ist in dieser Übersicht hier falsch angegeben. Also gehe ich auch mal davon aus, dass es hier in dieser Box dann random Reinforced der Digi-Klon D bis S ist. Und das würde das schon mal ganz hart aufwerten. Und für acht Ice Crystal Datas kann man sich dann Mysterious Mercenary Digi-Eck Level 5 dann craften, wenn man möchte. Ich persönlich würde die Ice Crystals auf jeden Fall verwenden, um Rechargeable Energies zu craften. Alternativ Fruit of Homeostasis, weil random Reinforced Digi-Klone bekommt man sehr gut eigentlich aus dem Ganko-Mon Dungeon. Organic Gold Bananas, ja gut, Heal Items, wer es braucht, geht eigentlich auch. Und Mysterious Mercenary Digi-Eck Level 5 bringt halt in Zeiten von dem 100-Tage-Event nicht so viel, weil man da sowieso sehr viele von den Digimon einfach als Digi-Eier schon mal bekommt, auch wenn die nicht in den meisten Fällen 5 von 5 werden. Aber ja, die beiden Sachen Rechargeable Energies und Fruit of Homeostasis lohnen sich da am meisten. Dann haben wir noch Event Nummer 4, To Have Warm Holiday Season 1. Als Event, da haben wir dann den NPC Shivering Itemon im DRTS Center. Dieser begibt uns eine Quest, Kindly Make Some Fire. Für diese Quest muss man dann entweder Flaming Demimeramon, Flaming Bördramon und Flaming Agunimon besiegen in Ruined Historic, die Momaze Entrance und wer dann die Terminal jeweils. Diese droppen dann Warm Tinder, von denen muss man 30 Stück ansammeln, um die Quest abzuschließen. Wenn man diese Quest abschließt, bekommt man ein Ethemons Present. Und dieses kann theoretisch direkt geöffnet werden, aber mit sogenannten Warm Candles von dem anderen Event, also von To Warm Holiday Season 2, kann man daraus sich dann noch verschiedenste Items craften. Wenn man diese Ethemons Present Box direkt scannt, öffnet, dann kann man entweder rausbekommen, 30 Gold Bananas, 3 Fruit of the Goddess, 3 Friendship of Digisol oder 3 Number Changed Stones. Lohnt sich eigentlich alles nicht, dementsprechend sollte man dann, wenn man das macht, dann auch die Warm Candles mitnehmen. Diese gibt es dann zu bestimmten Uhrzeiten beim sogenannten Fortune Time Event. Dieses ist hier in der Eventübersicht zu finden unter Fortune Time. Und zwar zu bestimmten Uhrzeiten bekommt man dann diese Warm Candles zum Craften. Die Uhrzeiten an dieser Stelle sind einmal 19 Uhr bis 21 Uhr, des Weiteren dann 23 Uhr bis 1 Uhr morgens, dann 3 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens und 10 Uhr vormittags bis 12 Uhr mittags. Und diese Warm Candles kann man auch separat scannen. Dann könnte man rausbekommen, entweder 40 Chicken Combos, 30 Gold Bananas, 30 Sweet Gold Bananas oder 20 Organic Gold Bananas. Aber wie gesagt, in Kombination mit den Ethemons Presents kann man sich dann hier entweder verschiedenste Ride Modes craften oder verschiedenste Evolution Items, hauptsächlich First Mode Items. Aber ja, wem da noch was fehlen sollte, für den ist das Event auf jeden Fall was. So, dann haben wir noch Event Nummer 6. Merry Christmas heißt es an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier auch ein, zwei Weihnachtsevents mit dabei. Und zwar befinden sich die NPCs dafür hier auf der anderen Seite. Und zwar bei dem NPC Center Close bekommt man dann eine Daily Quest What's Troubling Center. Um diese Quest abzuschließen, muss man 20 Christmas Cards sammeln. Diese droppen random von bösen Digimon in den Glacier Area Maps. Also Snowstorm, Snowman, Distorted Data Village, alles was dazugehört. Wenn man diese Quest abschließt, bekommt man ein sogenanntes Christmas Present. Und wenn man diese Quest abgeschlossen hat, bekommt man dann die weitere Daily Quest Rudolph's Favor. Für diese müssen 15 Snowballs gesammelt werden. Diese droppen dann random von Ice Devimon und Metall Ethemon in Snowman Village. Dann bekommt man, wenn man diese Quest abschließt, auch ein Christmas Present. Und mit diesen kann man sich dann auch verschiedenste Sachen dann craften. Und zwar für 2 Stück kann man sich dann eher auch nochmal 3 Rechargeable Energies craften. Also dieses Event ist echt nice für Rechargeable Energies. Kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Des Weiteren gibt es dann für 4 Stück 3 Backup Discs, die man sich craften kann. Lohnt sich eher nicht, weil man die ja mit Weekly Vouchern im Kolosseum auch super bekommt. Für 6 Stück Random Tamer Skill für einen Tag. 10 Stück bekommt man dann 5 Option Chain Stones. Ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich würde am liebsten, oder ich empfehle eigentlich jedem am meisten die Rechargeable Energies mitzunehmen. Spart man sich auf jeden Fall ein bisschen was an Sachen, die man dann kaufen müsste. So, 16 Christmas Presents. Bekommt man dann einen Reinforced Digi-Clone Box. Und für 22 Christmas Present bekommt man einen Rearmond Digi Level 5. Gut, das lohnt sich, finde ich, am wenigsten gerade nach dem letzten Event. Also hier wieder, wie gesagt, die absolute Empfehlung. Holt euch Rechargeable Energies damit. So, dann haben wir noch Event Nummer 7, Santa's Magical Warehouse. Da haben wir dann den NPC Christmas Santa Claus im DRTS Center. Bei ihm bekommt man dann eine weitere Daily Quest, Santa's Magical Warehouse. Da muss man dann mit ihm reden. Dann bekommt man dann ein Santa's Magical Warehouse Keycard. Mit dieser Keycard kann man dann in seinen Workshop rein. beziehungsweise in seinem Magical Warehouse. Ich glaube einfach, da haben die dann wieder die, ähm, Village of the Beginning Map dann genommen. Aber das sehen wir dann. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, das ist falsch angegeben, weil, genau, über den Santa Claus NPC kann man nicht rein. Man muss über den Rudolf NPC rein. Ja, genau. Ist wieder die Village of the Beginning, diese Minimap. Und ja, dort hat man dann verschiedene Digimon, die man besiegen kann. Geben auch einigermaßen gut EXP. Und wenn man diese dann besiegt, bekommt man dann von den verschiedenen Digimon dann, ähm, Buffs geschenkt. Und, oder beziehungsweise gedroppt. Und zwar Critical Attack, Skill Damage, Attack, Max AP, Max Digisol und Defense. Immer in der Plus-50-Prozent-Variante. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man noch Buffs braucht. Aber ansonsten lohnt sich das nicht so viel. Aber ja, muss man jeder, muss jeder selber wissen, ob er da dran teilnehmen möchte oder nicht. So, dann natürlich das Hauptding in diesem Event ist das X-Myth with X-Antibody Doubled Event. Dieses Event geht bis zum 28.12. Und ist wie bei KDMU auch. Alle X-Digimon, angefangen bei Argomon X, also bei den Rookie X-Digimon, bis zu den Drogris X-Digimon wie Alphamon, Urican X oder Omnimon X. Auch die X-Royal Knights sind mit dabei. Alphamon, Urican, Awakened ist auch mit dabei. Alle haben ihre Grundstats, also AT, HP, Defense und Digisol für den Zeitraum des Events verdoppelt. Kann ich ja diesen an meinem Chaos Dramon X einmal präsentieren. Und zwar ist es nicht gebufft, aber es hat trotzdem jetzt 9.655 Base AT während des Events. Das heißt, ungebufft ist es dann schon bei 31.318, zumindest bei mir. Also alle Leute, die AOX haben, alle Leute, die normale X-Digimon haben oder eins der SSS Plus. X-Digimon, die können auf jeden Fall jetzt während des Events richtig viel machen. Also vor allem auch die Dungeons richtig gut ablaufen. Und ich werde auch dieses Event dann für mich persönlich nutzen, dass ich mit Fanglongmon Shin auf jeden Fall gut vorankomme. Mir fehlen immer noch ein paar Energies bei Tsukiaomon und bei Bayoumon. Die werde ich dann nach Möglichkeit versuchen, dann durch dieses Event dann voll zu bekommen. Und natürlich auch eventuell den Fanglongmon Dungeon runterrennen zu können. Für die Materialien von dort. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Skill Damage-Werte. So, dann haben wir noch das Hunting on the Snowy Days Event, Event Nummer 9. Das ist das sogenannte Hunters Aura Gouge Event, welches auch auf KDMU aktuell läuft. Das heißt, auf diesen bestimmten Maps, die hier angegeben sind, hat man dann oben so eine Krone angezeigt. Mit einer Leiste, die sich füllt. Und wenn die Leiste voll ist, bekommt einer zufällig, der sich auf diesem Channel und auf derselben Map befindet, eine sogenannte Hunters Battle History Record. Jeweils in unterschiedlicher Ausführung, je nachdem, auf welcher Map man sich befindet. Und dann bekommt man da dann auch einen der zufälligen oder beziehungsweise einen der angegebenen EXP-Werte. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, an besonders neue Spieler gerichtet. So, dann haben wir noch Event Nummer 10. Das Loginside Event, Christmas Present from the ATS Center heißt dieses Event. Da bekommt man dann für 3 Stunden eine Rare Coin, Random Databox Low Class 3 Stück und wieder ein Random Hedgebackup Level 4 bis 5. Also wieder ganz schön, um die Hedgebackup-Vorräte zu füllen. Und Samstag und Sonntag für 4 Stunden bekommt man dann noch 3 Fruit of Ictrasil, 3 Random Databox Mid-Class und einen Random Skill Digi-Code. Den sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen. So, damit sind wir mit dem Event soweit durch. Jetzt haben wir noch die Promotions. Schauen wir mal, ob wir irgendwas übersehen haben. Die beiden Scanboxen mit dem Ice Crystal Crafting sind wir durchgegangen. Dann haben wir die 3 High Skill Memory Capsules. Die Tamer Skills in der Ultimate Variante. Die Magnetic ID-Karten sind wir durchgegangen. Die 3 Kostüme sind wir durchgegangen. Das Single Forever Equipment Set sind wir durchgegangen. Und das New Year Enhancement Package sind wir durchgegangen. Ansonsten gibt es keine weiteren Updates und Bug Fixes. Und ja, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was ihr denn von dem Event haltet. Also gerade das Double-State Event sollte man auf jeden Fall nutzen, weil man da sehr viel geschafft bekommt dann mit diesem Event. Und ja, beim restlichen Event muss natürlich jeder selber entscheiden, ob man da Sachen mitnehmen möchte oder nicht. Und ja, soviel auf jeden Fall dann dazu. Leider sind noch nicht die neuen Maps da. Oder beziehungsweise die neuen Map plus Dungeon und das 130er Level-Update sind auch noch nicht da. Wird, denke ich mal, im Update danach dann kommen. Aber mal schauen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.